Das Verbrechen, das sich in der Stadt Peirce, Western Australia, an den Osterfeuertagen am 12. April 2020 ereignete, bei dem die 66-jährige Marie Collins und ihr 62-jähriger Bruder Wayne Johnson einem brutalen Angriff und Mord zum Opfer fielen, wurde innerhalb weniger Tage aufgeklärt. Dennoch sorgte es für weitreichendes Aufsehen in der Gesellschaft und schockierte nicht nur die Angehörigen der Opfer, sondern auch erfahrene Polizeibeamte, die mit den Ermittlungen betraut waren. Marie Collins, die in Peirce, Western Australia, lebte, war eine geachtete ältere Dame, die sowohl in der Gesellschaft als auch unter den Mitgliedern der örtlichen Kirchengemeinde Respekt genoss. Sie war eine aktive Teilnehmerin an der Kirchengemeinde und eine wohlwollende Frau, bereit, jedem zu helfen, der ihrer bedürfte. Marie war eine elegante Frau mit exquisitem Geschmack und einem ausgeprägten Verständnis für Modetrends. Nebenbei arbeitete sie in einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe ihres Hauses. Marie lebte in ihrer eigenen Wohnung mit vier Schlafzimmern, zwei Bädern und einem herrlichen Balkonblick. Die Wohnung befand sich in einer angesehenen Gegend namens Washington Gardens in der Leonard Street südöstlich des Zentrums von Peirce. Leider verlor Marie im Jahr 2001 ihren Ehemann, der noch recht jung war. Da das Paar keine Kinder hatte, blieb die Frau allein zurück. Dennoch führte sie ein sehr aktives Leben und ihr Zuhause war ein gastfreundlicher Ort, an dem sich zahlreiche Freunde und Verwandte versammelten. Im Jahr 2020 entschied sich Marie, ihre Wohnung zu renovieren. Obwohl sie alleine war, war sie technisch versiert und kannte sich gut mit verschiedenen Geräten und Computern aus. Täglich kommunizierte sie über soziale Netzwerke mit Freunden und Verwandten. Daher waren sie ernsthaft besorgt, als sie am Ostersonntag, dem 12. April 2020, keine Nachricht von ihr erhielten. Sie versuchten, sie anzurufen, aber Marie antwortete nicht auf ihre Anrufe. Einen Tag zuvor, am Samstag, dem 11. April, hatte Marie noch Kaffee in einem Café in der Nähe ihres Hauses getrunken, war zum Strand gegangen und hatte ihre Schwester Helen Bartina besucht. Marie kehrte gegen 12.00 Uhr nach Hause zurück und schickte eine seltsame Nachricht mit den Worten, Hallo Helen! Entschuldigung, dass ich deinen Anruf nicht beantwortet habe. Mir geht es schlecht und ich habe meine Stimme verloren. Nach 13.00 Uhr brach jegliche Kommunikation ab. Nachdem der Kontakt zu ihrer Schwester Helen Bartina verloren gegangen war und sie besorgt über deren Stille war, rief sie ihren Bruder Wayne Johnson an. Wayne lebte nur wenige Blocks von Marie entfernt mit seinem zwölfjährigen Sohn und konnte seine Schwester besuchen, um herauszufinden, was los war. Wayne schrieb Marie, erhielt jedoch ebenfalls keine Antwort. Er sagte Helen, dass er zu Marie gehen werde und ständig in Kontakt bleiben würde, aber nach einiger Zeit hörte auch er auf, auf Anrufe und SMS zu antworten. Noch besorgter beschloss Helen, zur Wohnung ihrer Schwester zu gehen und bat ihren Schwiegersohn, sie zu begleiten. Als sie den Wohnkomplex erreichten, sahen sie Marius und Weines Autos auf dem Parkplatz stehen, das war kein gutes Zeichen. Als sie einen Nachbarn von Marie trafen und ihm von ihren Sorgen und Verdächtigungen erzählten, gingen alle drei zur Wohnung der Frau. Helen hatte einen Ersatzschlüssel zur Wohnung ihrer Schwester und alle drei konnten problemlos eintreten. Aber als sie die Haustür betraten, sahen sie ein erschreckendes Bild. Die Wohnung war mit Blut übersät, Messer, Latexhandschuhe, ein großer Stück Plane, Bierflaschen und Proteinkocktail waren verstreut. Am wichtigsten war jedoch, dass sie die leblosen Körper von Marie und Ween auf dem Boden ohne Lebenszeichen sahen. Im Schockzustand verließen alle drei sofort die Wohnung und riefen die Polizei, die sehr schnell am Tatort eintraf und mit den Ermittlungen begann. Bei der Untersuchung der Wohnung bestätigten die Ermittler, dass Marie und Ween einem sehr brutalen Angriff ausgesetzt waren. Überall im Apartment wurden Blutspuren auf dem Boden entdeckt und zerbrochene Möbel und auf dem Boden verstreute Gegenstände deuteten darauf hin, dass die Opfer dem Mörder Widerstand geleistet hatten. Bei genauerer Betrachtung der Wohnung stellten die Polizisten fest, dass höchstwahrscheinlich die Instrumente für das blutige Gemetzel zwei Handschellen-Sets und ein Elektroschucker, ein Brotmesser, ein großes Jagdmesser und ein Brieföffner waren. Medizinische Experten stellten fest, dass Marie zwölf Messerstiche und einen Schnitt am Hals erlitt, während Ween 25 Messerstiche und mindestens zehn Stichwunden hatte. Auch auf dem Griff des blutbefleckten Elektroschockers wurde die DNA von Marie Collins und des mutmaßlichen Mörders gefunden. Mit der sofortigen Ermittlung durch die Polizei wurde festgestellt, dass es keine Einbruchsspuren in der Wohnung gab. Da sich die Wohnung im achten Stock befand, war die Theorie, dass der Täter durch das Fenster eingedrungen war, unwahrscheinlich. Die Ermittler hatten zwei Vermutungen darüber, wie der Mörder in die Wohnung eingedrungen sein könnte, entweder hatte der Täter einen eigenen Schlüssel, oder Marie kannte diese Person und vertraute ihr, ließ sie also freiwillig in die Wohnung. Die Ermittler begannen zunächst, Freunde und Verwandte von Marie zu befragen, um ihre Aufenthaltsorte zum Zeitpunkt des Verbrechens herauszufinden. Sie befragten auch die Nachbarn in der Nähe. Die Polizei durchsuchte auch das umliegende Gelände und den Parkplatz, notierte die Nummernschilder der dort geparkten Autos und sah durch die Fenster. In einem der Autos fanden sie einen Kassenbon aus einem örtlichen Haushaltswarengeschäft, ausgestellt am Samstag, dem 11. April, um 18.43 Uhr. Auf der Einkaufsliste des Belegs standen eine blaue Plane und Seil. Nach Überprüfung des Autokennzeichens in der Datenbank stellten die Ermittler fest, dass der Eigentümer des Autos der 29-jährige Luke Fossett war, der im selben Gebäude wie das Angriffsopfer lebte. Luke Fossett hatte zwei Vorstrafen wegen illegalen Drogenbesitzes und mehrerer Verkehrsverstöße, aber nichts Ernsthafteres. Da die Ermittler den jungen Mann verdächtigten, in das Verbrechen verwickelt zu sein, überwachten sie ihn. Sie fanden heraus, dass Luke Fossett am Tag des Mordes an Marie und wen ins Krankenhaus ging, um medizinische Hilfe zu suchen. Seine Großmutter brachte ihn dorthin, nachdem er ihr mitgeteilt hatte, dass er sich beim Sturz von der Treppe mit einem Messer in der Hand verletzt hatte. Die Polizei lud den jungen Mann auf die Wache ein, um Aussagen zu machen. Dort leugnete er jegliche Beteiligung an dem Verbrechen und stimmte widerstandslos zu, eine DNA-Probe abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler jedoch nicht genug Gründe für eine Festnahme, also suchten sie weiter nach Beweisen. Die Polizei durchsuchte die Überwachungsaufnahmen des Haushaltswarengeschäfts und entdeckte, dass Luke am Samstag, dem 11. April, gegen 20.43 Uhr in die Kamera geriet, als er Seil und eine blaue Plane kaufte. Ein Nachbar bestätigte auch, dass er an diesem Tag einen Mann gesehen hatte, der sich verdächtig in seiner Nähe verhielt. Er ging auf und ab, weinte, seufzte, und der Nachbar machte ein Foto von ihm, auf dem Luke zu sehen war. Bald darauf erhielten die Ermittler DNA-Proben des Verdächtigen, die zu 100 Prozent mit den Blutspuren in der Wohnung der Opfer übereinstimmten. Dies war das wichtigste Beweismittel für Lukes Beteiligung an dem Verbrechen in Maries Wohnung. Am 13. April 2020 wurde er offiziell wegen des Mordes an Marie Collins und Wayne Johnson verhaftet. In seinem weiteren Ermittlungsverlauf fanden die Polizisten heraus, dass Luke Fawcett in seiner Kindheit ein zurückgezogenes Kind war und kaum Freunde hatte. Dennoch schaffte er es, die Schule mit einem der besten Abschlüsse in seiner Klasse zu beenden und wurde an der University of Western Australia aufgenommen, wo er Psychologie studierte. Neben dem Studium arbeitete er teilzeitlich in einem Nachtclub. Oberflächlich betrachtet machte Luke einen sehr guten Eindruck, er sah aus wie ein erfolgreicher und freundlicher junger Mann. Nach seinem Abschluss begann Luke in einem Behindertendienst zu arbeiten und er hatte auch eine Freundin, mit der er zusammenziehen wollte. Lukes Karriere ging steil bergauf, er stieg schnell die Karriereleiter hinauf, sein Umfeld betrachtete ihn mit Vertrauen und Respekt und er hatte alle Chancen, einen Abschluss in Psychologie zu erlangen. Über mehrere Jahre hinweg mietete er eine Einzimmerwohnung im selben Haus, in dem Marie Collins lebte, und zwischen ihnen entwickelte sich eine gute nachbarschaftliche Beziehung. Gelegentlich besuchte er die Frau, half er im Haushalt, rückte Möbel in der Wohnung zurecht und lehrte sie, sich mit dem Computer zu beschäftigen. Doch zu Beginn des Jahres 2020 ereigneten sich mehrere unangenehme Vorfälle im Leben des jungen Mannes, die ernsthafte Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Ereignisse hatten. Alles begann damit, dass Luke häufig Panikattacken erlebte, keine Befriedigung mehr aus seiner Arbeit erhielt und mit einer Angststörung und Depression diagnostiziert wurde. Er begann sich äußerst seltsam zu verhalten, kündigte seine Arbeit nach einem Streit mit seinen Arbeitskollegen und verschlechterte dann seine Beziehung zu seiner Freundin. Aufgrund von Gesundheitsproblemen und Beziehungsproblemen geriet er in einen Zustand, in dem er Alkohol und verbotene Substanzen missbrauchte, und das alles kombinierte er mit der Einnahme von Antidepressiva. Nach dem Verlust seines festen Einkommens hatte Luke finanzielle Schwierigkeiten, hörte auf, die Miete zu zahlen, und ihm drohte die Zwangsräumung aus der Wohnung. Nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung und das Auto von Luke Fossett erhalten und sein Telefon beschlagnahmt hatten, setzten die Polizisten ihre Ermittlungen fort, und was sie dort entdeckten, versetzte alle in Schock. Es stellte sich heraus, dass der Mord an Marie kein Zufall war, der junge Mann hatte ihn lange geplant. In der Wohnung wurden zwei handgeschriebene Notizen gefunden, die von Fossett verfasst wurden. Eine davon wurde als To-Do-Liste bezeichnet, auf der er beschrieb, was und wie er es tun sollte. Die andere trug die Überschrift Ausrüstung und listete Gegenstände auf, die für die Begehung des Verbrechens erforderlich waren, wie geräuschlose Schuhe, Baseballschläger, Kabelbinder, Pfefferspray, Elektroschocker, Handschellen. Die Ermittler fanden auch heraus, dass der junge Mann eine Woche vor dem Mord in demselben Haushaltswarengeschäft eine Schaufel gekauft hatte. Auf dem beschlagnahmten Mobiltelefon wurde ein Video entdeckt, das wahrscheinlich zwei Wochen zuvor aufgezeichnet wurde. Darauf war Luke Fossett in einem schwarzen Anzug und einer Maske zu sehen, einen Messer in der Hand haltend und einen Elektroschocker in der anderen, als würde er den bevorstehenden Mord proben. Im Telefon wurden auch Dateien mit Aufnahmen gefunden, die er während des Mordes gemacht hatte, mit Titeln wie Verhör, Prügel, Pfefferspray in die Augen und so weiter. Es gab auch einen Screenshot einer Kartenansicht, die die Polizei zu einem Wald etwa 200 Kilometer südlich von Perth führte, wo ein frisch gegrabenes Grab gefunden wurde, das Fossett im Wohaus für sein Opfer vorbereitet hatte, eine Schaufel und eine schwarze Mülltüte mit den gleichen leeren Flaschen für Proteinshackes, die in der Wohnung von Marie Collins gefunden wurden. Während des Gerichtsverfahrens bestritt Fossett seine Beteiligung am Tod seiner Nachbarin und behauptete, er habe ihre Leiche, in blauen Stoff gehüllt, in ihrem Haus gefunden, und der wahre Mörder sei ein unbekannter Mann, der auch ihn angegriffen habe. Der junge Mann gestand jedoch, dass er Wayne Johnson mit einem Messer getroffen hatte, angeblich in Selbstverteidigung, da dieser ihn angegriffen hatte, nachdem er den leblosen Körper seiner Schwester gesehen hatte und davon überzeugt war, dass gerade Luke dieses Verbrechen begangen hatte und begann, ihn zu erwürgen. Durch diesen Kampf mit Wayne Johnson erklärte er auch seine Schulterverletzung, die er während ihres Kampfes erlitten hatte. Fossett behauptete vor den Geschworenen, er habe sich nicht getraut, die Polizei zu rufen, weil er befürchtete, dass ihm niemand glauben würde, ich hatte Angst, dass man mich für den Tod beider dieser Menschen beschuldigen würde, sagte er. In Bezug auf das Video, das in seinem Telefon gefunden wurde, behauptete Luke, dass es ein Drohvideo und Einkaufslisten für ein Rollenspiel-Videospiel waren und nichts mit dem Mord in der Wohnung seiner Nachbarin zu tun hatten. Die Anklage behauptete unerbittlich, dass genau Luke Fossett am Nachmittag des Samstags, 11. April 2020, die Wohnung von Marie betreten habe, sie mit einem Elektroschocker angegriffen und ihr mehr als zwölf Messerstiche zugefügt habe. Zu der Zeit, als die Frau bereits tot war, nutzte der junge Mann ihre Wohnung, nahm entspannt eine Dusche, trank Bier und einen Proteinshacke, begann sich mit einer Frau zu unterhalten, die er vor kurzem kennengelernt hatte, schickte ihr Fotos aus der Wohnung und prallte dabei, dass er in einer luxuriösen Wohnung lebt, die er kürzlich erworben hat. Dann ging er in den Haushaltswarenladen, kaufte eine Plane und eine Schnur und kehrte in die Wohnung zurück, wo er die ganze Nacht über weiterhin Bier und Cocktails trank. Als am nächsten Morgen wen in die Wohnung seiner Schwester kam und Luke darin sah, entbrannte zwischen den Männern ein brutaler Kampf, der für Wayne genauso tragisch endete wie für seine Schwester. Als Ergebnis dieses Kampfes erlitt Wayne Johnson 25 Stichwunden, darunter im Kopf, Brust und Bauch. Als Luke erkannte, dass er während des Kampfes mehrere Messerstiche und eine Schulterverrenkung erlitten hatte, bat er seine Großmutter, mit ihm ins Krankenhaus zu fahren, wobei er über die Umstände der Verletzung lock. Während Luke im Flur stand, seine Großmutter anrief und dann auf sie wartete, weinend und vor Schmerzen mormelnd, machte ein Nachbar ein Foto von dem verdächtigen Kerl. Der Staatsanwalt Justin Walli legte Beweise vor, dass Luke, der sich gut mit Computern auskannte, versuchte, während seines Aufenthalts in der Wohnung über den Computer von Marie Zugang zu ihren Bankkonten zu erhalten. Offensichtlich war dies, zusammen mit dem Wunsch, ihre Wohnung zu übernehmen, das Motiv für den Mord. Wayne Johnson wurde dagegen einfach zur zufälligen Opfer, da er zur falschen Zeit am falschen Ort war und lediglich seine Schwester besuchen wollte. Die forensisch-psychiatrische Untersuchung erklärte Luke Fawcett für zurechnungsfähig, obwohl sein dreistes und provokantes Verhalten in der Wohnung, während er Bier und Cocktails trank, während Marie Collins in eine Plane gewickelt tot auf dem Boden lag, nicht vernünftig zu erklären war. Im September 2021 erklärten die Geschworenen, die die Aussagen von Luke Fawcett abgelehnt hatten, ihn nach einer 30-minütigen Beratung für schuldig des Doppelmordes an Marie Collins und Wayne Johnson. Bevor das Urteil verkündet wurde, erklärte der Staatsanwalt Justin Vallee, dass Fawcett eine «herzlose Gleichgültigkeit auf höchstem Niveau» gezeigt habe und die «höchste Stufe der Verderbtheit», die nicht angemessen beschrieben werden kann. Als Ergebnis wurde Fawcett zu zwei lebenslangen Haftstrafen verurteilt, mit einer Mindesthaftdauer von 34 Jahren, bevor er die Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung unter Bewährungsauflagen hat. Zu diesem Zeitpunkt könnte er 61 Jahre alt sein. Nach dem Gerichtsverfahren verlas Helen Bartina, die Schwester der Opfer, die ihre Leichen entdeckt hatte, im Namen der Familie eine Erklärung. Darin hieß es, dass obwohl die Gerechtigkeit gesiegt habe, dies ihre beiden verlorenen und geliebten Menschen nicht zurückbringen werde und den Schmerz und das Leiden, dem sie seit den Osterfeuertagen im Jahr 2020 ausgesetzt waren, nicht auslöschen werde. Sie sagte auch, dass die 22 Monate der Ermittlungen und Gerichtsverhandlungen für die Familie der schlimmste Albtraum ihres Lebens gewesen sein und niemals enden würden, da die leeren Stühle am Familientisch immer eine ständige Erinnerung an das Fehlen ihrer geliebten Familienmitglieder und den Albtraum sein werden, den sie durchgemacht haben. Die Großeltern von Fawcett, Heather und Philip Rogers, die ebenfalls bei der Urteilsverkündung anwesend waren, sagten, dass sie in den letzten zwei Jahren nur selten Kontakt zu ihrem Enkel hatten und keine Ahnung hatten, wo er war und was er tat. Das abscheuliche Verbrechen, das er begangen hat, schockierte sie. Sie erklärten, was er getan hat, ist einfach unglaublich, keiner von uns kann das verstehen, aber trotzdem werden wir Luke unterstützen, denn er bleibt immer noch ein Mitglied unserer Familie. Freunde, teilt eure Meinungen zu dieser schockierend grausamen Geschichte in den Kommentaren und vergesst nicht, diesem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen!